ein wunderschönen juden misscreated bonjour das ist eine 50 minuten anstellung ich hoffe dass das in town sowas wie gewinnt wenn ich dann muss ich mal ein portfolio modellieren in der rp welt so kann ich dann nicht dafür ich sollte wirklich gut über 50 minuten versichern so kann ich immer so ein komisch knistern wenn mich persönlich ein bisschen genervt hat dann muss ich mal denke so neb das wird es bei den Leuten nicht hören also da gehst du auch selber nicht machen und ja entschuldige noch ein bisschen rundherum und ja also wenn die schnappkollhut wie es wie ähm wie fummelig so Sachen sehen wie das machen ist und so weiter und so fort ich muss verschiedene Leute nicht erklären wenn ich das hier also ähm wir sind heute ein bisschen an misscreated NRW ähm ja die Serie die existiert noch die ist hier relativ neu umgegangen ähm verschiedene Änderungen haben wir aber schon ähm ich sch privacy sagen weil schwarzen wir es hier tatsächlich sowas und das ist an äh puncto ah puncto puncto eh ein puncto schon mit dem Format da habe ich mich schon ein bisschen geändert und so können auch noch ein misscreated oder mehr misscreated ich habe dann auch noch nur auf ähm ähm 2d oder 3d statt dass ich schonban nicht mehr so und etwas anders Und ich habe auch den Partner gewisselt und ich habe schon ein paar Alpenmilch gemacht. Ihr seid gespannt, ihr seid. Schaut euch mal an. Das ist interessant, das ist cool. Ich habe nicht zu viel verraten, aber es ist nice. Wie gesagt, ich freue mich. Ich freue mich, dass ich endlich mal einen Partner, der wirklich schwarzen kann in einem solchen Format. Wie gesagt, ich habe schon verschiedene, die nicht gerade im Gespräch sind. Ja, aber das auch so weit willst du machen. Oh, entschuldige mich, das geht mal nicht. Zum Beispiel, ja, ich bin ganz gut von einem solchen Format angefangen. Dann haben wir sie schon kennengelernt bekommen. Und natürlich, dass es so cool war, denn auch so ziemlich gesprecheisch. Ja und, das ging, das ging. Jetzt habe ich auch einen Maul, einen Maul, einen ganz, 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 ganz lang Zeit. Ich hoffe jetzt alles, dass das so lange mit dem Haus gehellen würde. Hier war ich auch noch relativ gut Gespräche machen. und dann konnte man immer lernen, was gerade gelaufen war, das konnte man ja erst recht wenige Tage abholen Ja, vielleicht hat man den Balthasar, da hat man auch wirklich cool Sachen gehört Minecraft miscreated und 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 ja, schlussendlich ja, aber ich war nicht gerade so gesprächisch, da ist nur kein Flamgegend Irrsch in der Ehen mehr aber das aber so ja, das ist so wie ich mir vorstelle, wenn man Alpenmisch die Abnahme, wo man wohnt ich muss jetzt noch schneiden nach Titeln dabei fahren ja, und war schon relativ cool wir haben sie 2 Stunden am Stück abgeholt und Props, Props, Props war nice, war nice wie lange sind die Basics in der Lunachai Hup, dies ja ok, das ist gut ok ja ne, wie gesagt du ähm wie gesagt äh wird auch Spaß gemacht, Balthasar mehr ähm Spenden wir mal Alpenmisch aka Stevens Gaming Room werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr ähm 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 in die Richtung reagieren wie ich gerne mein Sondesformat gerne hätte wie gesagt, dass wir auch in dies geht ich den wie das eben das aber ganz einfach so ich ähm wollte vielleicht auch noch ein bisschen mehr gesprächern aus einer Gründe ähm ähm ja ähm Osteck nämlich so mal ein Balthasar für das Sondesformat etc ja whatever das sind eine Sachen an die wir sprechen das auch gemisscreated mei ähm ähm äh ähm ähm misscreated gesehn ähm misscreated ist cool misscreated ist genial aber das ähm relativ schnell repetitiv ganz ganz schnell repetitiv und dann kommen halt Leute zu, wenn sie wollen äh 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 doch das aber so okay das auch ähm ähm das leider so und du Punkt und du könnt leider nicht so na das aber nicht so bla 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 und du weinst tun ich mich auch völlig schüß da so eh mal oder respektive zusammen an der Wucht zu machen das ist auch cool ganz nice ähm 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 vielleicht kommen vielleicht noch fern rum mit mir und du kannst mich auch ähm das ist eben ähm rollespiel pvp-server und das ist immens 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 cool fand ich das dass ich eben tatsächlich Rollespielserver habe mit Whitelist natürlich und neig spreche es für Whitelist Server oder Server wo tatsächlich kontrolliert geht und ja nehm ich auch Whitelist von ich mega ich äh übliche ramtamtam wie das ihr kennt mir gefällt ehrlich gesagt wenn du wenigstens gut komm dann hälst mal das kerram ab längst herrschen weil das so zu tun und das werden dann so ähm sechs folge sehen und dann ähm ja weil wir die folge lösen und das ausgehen will ich dann die nächste ähm folge wahrscheinlich auf dem anderen Server rp äh auf dem EVE Server nämlich wie gesagt ähm mir gefällt das heute das cool oder die bike nicht ahja und für die Leute die sich noch wundern ich bin hier als Admin kusen durchgehend ähm ja ich nicht als ähm als rp ähm ähm ich bin hier als Admin weil ähm die Leute können immer ja cool Admin hier und du gell du kannst heimern du kannst heimern du kannst heimern du kannst heimern ähm 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 lass den Pio hm das hat schon cool gebaut ja ähm ne der Problem ist ähm du musst machen du musst den Locks kontrollieren du musst heimkucken du musst du gucken cool gebaut hat du das hat wirklich cool gebaut guck mal ob ich heimkucken ob ich heimkucken kann ähm du kannst heimkucken du kannst heimkucken du kannst heimkucken du kannst heimkucken wie gesagt ähm als Admin musst ähm oft durchgehend fahren kontrollieren gucken ob hier richtig gebaut geht ob hier richtig gebaut geht ähm um deutsche ähm 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 nicht rpg um pve ja ja du sind wirklich permanent 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 am gang und ich hab's gebaut du sind nicht permanent am gang zu gucken dann heimkucken und da ähm die Leute natürlich auch zu bannen weil sie sich nicht und Regen haben manchmal ein bisschen traurig fand ich ähm ich fange mir helfen die Leute hier schon dann ähm und dann äh gehen sie kack bauen ich denke so ja da tut ihr auch nicht unbedingt müssen dass der Lodo kack gebaut wird ähm ähm Ich weiß sowieso nicht, ob die Pläts sind, da kann ich auch noch so eine kleine Story erzählen. Kann ich da wirklich eine Story erzählen. Weil da nämlich auch verschiedene Sachen geschieht da. Ja, das ist immer alles. Heiti Teiti, ein Friede, Freude, Eierkuchen. Und ja, das aktuell mein ich kein im Server-Drop. Einmal, also ich hab den im Server-Drop. Dafür hör ich den Zeig-Panel-Hoi und da kann ich gucken. Wie ich den da durch, dann sehen, ah na, das ist kein drüber. Dann hör ich den sehr schnell. So. Und dann kopiert den sehr schnell ab, bis dann möchte ich ihn schon hier. Und ja, ich hab schon extra tatsächlich gewohrt, eben mit der Aufnahme, dass es kein drüber ist, weil das richtig leuchtet sich ab, ja, wir gucken mal, du musst gleich, wir machen einer die Fieder, blablabla, pipapo, oh nee, so, kann ich dann immer schon die Fieder machen, eine Top-Name, das ist doch besser.